Moin Leute und herzlich willkommen bei Nielson1489. In diesem Video werden wir uns Stream Elements anschauen, was ist das Ganze, wie richtig Stream Elements ein und was gibt es dort alles zu nutzen. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen, dann abonniert den Kanal. Wenn ihr den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Beginnen wir doch ganz einfach auf der Seite von Stream Elements. Damit ihr Stream Elements nutzen könnt, müsst ihr euch dort anmelden und das könnt ihr tun, indem ihr euren Twitch oder aber euren YouTube Account verknüpft. Am besten fangt ihr mit dem Account an, über den ihr auch streamen wollt. Auch wenn ihr beide Accounts habt, Twitch und YouTube, solltet ihr mit dem Account anfangen, den ihr verwenden wollt. Ihr könnt nachträglich immer den anderen Account auch noch verknüpfen und könnt zwischen den Accounts hin und her springen. Den Link zu dieser Seite habe ich euch natürlich in die Videobeschreibung beigefügt. Fangen wir also mit Twitch an. Ihr klickt einfach auf den Connect with Twitch Button und dann werdet ihr auf eine Seite weitergeleitet, wo ihr gefragt werdet, ob denn Stream Elements auf euren Twitch Account zugreifen darf. In meinem Fall hatte ich das schon getan, deswegen seht ihr das nicht mehr. Ihr stimmt dem Ganzen natürlich einfach zu, denn Stream Elements braucht den Zugriff auf euren Twitch Account, damit das ganze Programm funktionieren kann. Keine Angst, Stream Elements nimmt diesen Zugriff nicht, um euren Twitch Account zu löschen. Also da könnt ihr beruhigt sein. Wir sind also nun im Dashboard von Stream Elements angekommen. Was seht ihr hier überhaupt? Im Endeffekt habt ihr ganz oben einen Bereich, in dem euch Stream Elements darauf hinweist, was ihr noch nicht eingerichtet habt und was ihr tun könnt. Hier wird unter anderem angezeigt, dass ihr einen Chatbot einrichten könnt. Ihr könnt Tipps, also Donations einrichten. Ihr könnt Overlays hinzufügen oder aus anderen bekannten Tools importieren. Darunter seht ihr eine Auflistung der monatlichen Zusammenfassung. Wie viele Follower habt ihr in diesem Monat bereits bekommen? Wie viele neue Abonnenten? Welche Spenden sind eingetroffen? Welche Hosts habt ihr bekommen? Welche Rates und wie viele Bits? Das Ganze könnt ihr natürlich noch etwas detaillierter anschauen, indem ihr etwas runter scrollt. Dort gibt es dann eine Tabelle und diese Tabelle zeigt das Ganze dann im Tagesverlauf an. Auf der rechten Seite habt ihr dann einen Shortcut für einen Chatbot. Hier könnt ihr den Chatbot starten, stumm schalten, pausieren. Ihr könnt auch eure Stream Beschreibung ändern und das Spiel, das ihr aktuell spielt. Scrollt ihr noch weiter runter, dann habt ihr eine kurze Liste von den letzten Events eures Streams. Also wer hat euch gefollowt? Wer hat einen Sub da gelassen? Wer hat donated? Wer hat gecheert? Wer hat gehostet? Also eine Eventliste. Wechseln wir einmal auf die linke Seite zum Menü. Ich scroll dafür nochmal nach oben. Was bietet Stream Elements den Streamern generell an? Stream Elements ist ein Dienst wie TipiStream oder auch Streamlabs und bietet euch an, schon fertige Overlays zu installieren, bestimmte Widgets zu nutzen, Donations einzurichten, ein ganzes Treuepunkte-System sowie einen Chatbot. Da dies nur ein Grundlagenvideo sein soll, gehen wir nun durch die einzelnen Punkte einmal durch und ich erkläre euch, was ihr dort erwarten könnt. Was ich nicht tun werde ist, genau im Detail jedes einzelne Element zu beschreiben, denn dafür kommen extra Videos, sodass ich euch in gewohnter Qualität die einzelnen Komponenten von Stream Elements wirklich gut vorstellen kann. Wechseln wir auf der linken Seite einmal in die Themengalerie. Also die Themes, die ihr nutzen könnt und dort gibt es drei verschiedene. Es gibt einmal Super Themes, Themes und Benachrichtigungen. Im Endeffekt habt ihr hier die Möglichkeit, kostenlos fertige Themes zu installieren und zu nutzen. Super Themes sind dabei Themes, die nicht nur eine Szene beinhalten, also das Overlay für euren Stream generell, sondern mehrere Szenen, wie eine Start Szene, eine Be Right Back Szene, eine Ending Szene, eine Live Szene, also das sind Super Themes. Außerdem beinhalten diese Themes auch noch Benachrichtigungen, sprich animierte Alerts. Themes im Allgemeinen sind meistens nur ein Overlay für eine Szene, also zum Beispiel die Live Szene mit integrierten animierten Alerts. Und Benachrichtigungen sind einfach nur Pakete, die animierte Alerts beinhalten, die ihr in ein bereits bestehendes Overlay integrieren könnt. Wechselt ihr auf der linken Seite zu meine Overlays, dann findet ihr alle Overlays, die ihr bereits installiert habt, beziehungsweise die ihr selbst erstellt habt. Denn ihr könnt nicht nur fertige Themes herunterladen, beziehungsweise in eurem Account installieren und diese hier später bearbeiten. Ihr könnt auch ein eigenes Overlay kreieren. Dafür auf leeres Overlay erstellen klicken und ihr bekommt eine Ansicht, in der ihr Widgets zu diesem Overlay hinzufügen könnt und somit ein gesamtes Stream Paket innerhalb von Stream Elements designen könnt. Im Nachgang müsst ihr dann einfach nur noch einen Link einfügen in eure Szene, also eine Browser Source und diese beinhaltet dann schon euer komplettes Overlay Setup. Wechseln wir einmal auf der linken Seite auf den Aktivitätsfeed. Der Aktivitätsfeed ist nichts anderes wie eine Großansicht der letzten Events, die auch schon im Dashboard angezeigt worden sind. Also ihr seht hier, wer als letztes gefollowed hat, wer einen Zap da gelassen hat und so weiter. Das Ganze könnt ihr auch raus poppen, pop out, wenn ihr da rauf klickt, dann öffnet sich das Ganze in einem eigenen Fenster und das ist ziemlich nützlich, wenn man das Ganze im Auge behalten will und als kleines Fenster auf einem der Monitore verschieben möchte. Wechselt ihr auf der linken Seite auf Medienanfrage, dann kommt ihr zu einer Komponente von Stream Elements, die auch sehr interessant ist, denn im Endeffekt ist es eine erweiterte Song Request Möglichkeit. Hier könnt ihr eigene Medien eintragen, also eine Liste erstellen. Ihr könnt das Ganze abspielen, sprich die Musik und auch die Videos und ihr habt die Möglichkeit, dann die Medien beziehungsweise die Musik von euren Zuschauern wünschen zu lassen. Also ihr könnt Zuschaueranfragen aktivieren und ihr könnt auch eine Moderation aktivieren. Somit wird das Ganze, was die Zuschauer sich wünschen, eine Warteschlange gepackt und ihr müsst dem zustimmen. Ihr könnt dann das, was gewünscht worden ist, nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar in euren Stream einfügen. Wechseln wir auf der linken Seite einmal auf Social Media. Dies wird auch ein sehr interessantes Feature sein von Stream Elements, denn aktuell habt ihr die Möglichkeit euren Twitter Account zu verbinden und direkt bei Online gehen eures Streams einen Tweet verfassen zu lassen von Stream Elements, sodass ihr das nicht mehr machen müsst. Und geplant sind hier auch noch Facebook, YouTube, Discord und Instagram. So könnt ihr beim Online gehen eure Streams automatisch von Stream Elements von euch vorkonfigurierte Nachrichten auf eure Social Media Kanäle posten und dann bekommen sicherlich alle eure Follower aus den ganzen Social Media Kanälen mit, wenn ihr online geht. Auf der linken Seite im Menü findet ihr auch noch OBS Live. Zu OBS Live habe ich bereits ein Video erstellt. Ich habe das Ganze oben rechts in der Infobox verlinkt. Wenn wir weiter runter gehen zum nächsten Abschnitt Einnahmen, dann findet ihr hier mehrere Möglichkeiten, um Donations einzurichten. Wenn ihr zum Beispiel auf Tipp Einstellungen wechselt, dann bekommt ihr die Konfigurationsmöglichkeit, um Zahlungsanbieter sozusagen zu verknüpfen. Ihr könnt hier euren PayPal Account verknüpfen. Ihr könnt euren Account mit G2A Pay, also G2A Pay. Ich weiß nicht, das ist ein amerikanischer Anbieter meines Erachtens. Oder auch mit SEPA Pay oder CPay verknüpfen, wodurch ihr verschiedene Zahlungsmöglichkeiten in eurem Account freischaltet, über die euch Zuschauer spenden zukommen lassen können. Auf der linken Seite habt ihr außerdem die Möglichkeit, den Einkommensverlauf einzusehen. Somit habt ihr immer einen Blick, welche Donations wann von wem über welchen Zahlungsanbieter reingekommen sind und was ihr demnächst auf eurem Konto bzw. PayPal Account erwarten könnt. SEPay ist noch ein weiterer Reiter, denn das wurde erst kürzlich hinzugefügt. Dies ist ein neuer Zahlungsdienstleister, der mit niedrigeren Fees, also Kosten für euch, aufwartet und das Ganze für Streamer auch attraktiv machen soll, indem er einen verbesserten Schutz gegen Chargeback hat. Chargeback, wer das nicht weiß, bedeutet, wenn euch jemand etwas spendet und dann die Spende später hin zurückzieht, ist das die Möglichkeit, dass das passieren kann, dass das Ganze zurückgebucht wird an den Spender und dann ist das Geld doch nicht da. Also Trolls haben da gerne Spaß dran und dieser Dienst verspricht da eine bessere Möglichkeit zu haben, sich dagegen zu schützen. Kommen wir nun zu den zwei letzten Punkten, die Stream-Elements, denke ich, sehr interessant machen und zwar einmal der Abschnitt Treuepunkte und der Abschnitt Bot. Im Endeffekt kann man das beides auch ziemlich gut zusammen benutzen. Fangen wir mit den Treuepunkten an. Die Treuepunkte sind im Endeffekt nichts anderes, wie man das von Streamlabs CloudBot, Streamlabs Chatbot, DeepBot, NightBot, Mobot, BotBotBot, ihr wisst, was ich meine. Also alle Chatbots, die ihr so kennt, haben meistens ein Loyalty-System, nämlich ein Punktesystem, wodurch Zuschauer beim Zusehen eures Streams Punkte verdienen können. Mit diesen Punkten können sie später dann bestimmte Dinge im Stream machen, wie Chat-Minigames oder bestimmte Animationen in eurem Stream auslösen. Sie können sich etwas aus einem Shop aussuchen, wie zum Beispiel, dass sie einen Host bekommen oder oder oder. Hier könnt ihr die Grundeinstellungen für das Loyalty-System tätigen. Dazu kommt natürlich auch später noch ein eigenes Video, um das genau zu zeigen. Nutzt ihr dieses Loyalty-System, dann könnt ihr auf der linken Seite noch mehrere Sachen benutzen, wie zum Beispiel eine Bestenliste. Ihr könnt diese Bestenliste auch als Panel unter eurem Stream anzeigen. Ihr habt einen Stream-Shop, den ihr dann benutzen könnt. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, dass eure Zuschauer ihre Punkte einlösen können, um einen Host von euch zu bekommen oder einen Tweet auf eurem Social-Media-Kanal. Also auch relativ coole Sachen. Ihr könnt auch noch Wettbewerbe erstellen, sodass die Zuschauer gegeneinander antreten können. Wechseln wir einmal runter zum Bot. Wenn ihr dort auf Module geht, dann seht ihr schon, was der Bot alles kann. Im Endeffekt hat der Bot ein Benutzermanagement. Das seht ihr auch auf der linken Seite. Und der Bot arbeitet auch mit den Treuepunkten zusammen, wenn ihr diese aktiviert habt. Und hier könnt ihr nun noch mehrere Dinge nutzen, wie zum Beispiel Chat-Minigames. Ihr könnt Live-Ankündigungen benutzen oder aber auch die letzten Twitter-Posts eures Social-Media-Kanals direkt in den Chat übertragen. Wie standardmäßig, jeder Chatbot hat auch der Stream-Elements-Chatbot Chat-Befehle, also Commands. Er hat einen Spam-Filter und er hat die Möglichkeit, Commands in bestimmten Abschnitten oder zeitlichen Abschnitten auszuführen. Also einen Timer. Ihr seht also, Stream-Elements hat jede Menge Features und ist sicherlich auch ein sehr interessanter Dienst, den man nutzen kann als Streamer. In nächster Zeit werden hier auf jeden Fall weitere Videos kommen, damit ich euch die einzelnen Komponenten dieses Dienstes auch nochmal genau vorstellen kann. Mich würde mal interessieren, wäre Stream-Elements eine Alternative für euch? Interessiert euch Stream-Elements überhaupt? Denn aktuell habe ich ja bisher immer nur Tipi-Stream und Streamlabs vorgestellt und die beiden Dienste können ja eigentlich auch schon alles. Irgendwie ist das alles das Gleiche. Mich würde das wirklich mal interessieren, was sagt ihr denn zu Stream-Elements? Wollt ihr da überhaupt mehr sehen? Wollt ihr da mehr wissen? Nutzt ihr das vielleicht schon? Also schreibt mir doch mal einen Kommentar unter das Video. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Stand lại nämlich für euch. Ciao. Star Wars tuv